Im letzten Video habe ich ganz einfach angefangen mit einem Stück Seil. Ich habe das Seil hier in die Hand genommen, bin einmal kräftig nach oben, nach unten und wieder zurück in die Ausgangslage gegangen und dadurch hatte ich in dem Seil eine Störung erzeugt, eine Auslenkung. Und im ersten Moment sah die Auslenkung so aus. Ne, ne, so sah die eigentlich nicht aus. Die sah... So sah die aus, diese Auslenkung. Oder diese Störung, wie wir die genannt haben. Und diese Störung lief dann weiter dieses Seil entlang. Wenn ich also da später geschaut hätte und wenn ich links mit der Hand nichts mehr gemacht hätte, dann wäre also das Seil hier ruhig und diese Störung würde sich hier irgendwo mitten im Seil befinden und weiter hier entlang laufen. Und diese Störung, die haben wir genannt eine Welle. Und in dem speziellen Fall, wo ich also nur einmal nach oben, nach unten gegangen bin, dann sehe ich auch nur einen Wellenberg und einen Wellental. In diesem speziellen Fall heißt das Ganze ein Wellenpuls. Ich könnte natürlich immer weiter machen hier. Ich könnte immer weiter rauf, runter, rauf, runter machen. Und dann würde mein Seil, dann wäre mein Seil eigentlich eine Folge von Wellenbergen und Wellentälern. So würde das dann aussehen. Bei jeder Bewegung nach oben und nach unten mache ich, kreiere ich da einen neuen Wellenberg und ein neues Wellental. Und auch das würde hier in diese Richtung das Seil entlang weiterlaufen. Weil ich das mit so einer regelmäßigen periodischen Bewegung erzeuge, dieses Muster, heißt die Welle auch periodische Welle. Also das ist eine periodische Welle. Und das ist auch unser Thema hier. In diesem Video werden wir genau über die periodischen Wellen sprechen und wie man sie beschreiben kann und was für Eigenschaften sie haben. Ihr könntet jetzt als erstes fragen, wie groß ist denn die Welle, wie groß ist denn die Auslenkung, mit der du diese Welle hier erzeugst. Und dazu können wir uns ja erst einmal hier die Ruhelage einmalen, damit wir auch so eine Ausgangsstelle haben. Und wenn wir messen wollen, wie groß die Welle ist, dann schauen wir uns halt mal den höchsten Punkt hier im Wellenberg an. Und sagen, von diesem höchsten Punkt bis zur Ausgangslage, diese Strecke hier, das ist dieselbe wie hier von der Ausgangslage in den tiefsten Punkt des Wellentals, das ist dieselbe Strecke. Diese Strecke hier beschreibt mir doch schon ganz gut, wie stark die Auslenkung ist. Und diese Strecke hat auch einen besonderen Namen. Das ist die Amplitude der Welle. Amplitude. Also die Amplitude gibt mir an, wie groß hier ist meine Auslenkung, mit der ich die Welle erzeuge. Und die Amplitude wird gemessen von der Ruhelage bis zum höchsten Punkt des Wellenbergs. Wer interessiert sich für eine Amplitude? Nun, einmal könnte ich mir vorstellen, ich könnte mir einen Fischer vorstellen, der in seinem Mütchen im Meer unterwegs ist. Und wer sieht so, wie die Wellen hier auf sich zukommen, der wird sich schon dafür interessieren, ob er jetzt mit seinem Bootchen hier hochlaufen kann und wie weit er dann wieder da runterplatscht. Und dadurch läuft er sogar die gesamte Wellenhöhe. Und die gesamte Wellenhöhe, das ist ja die doppelte Amplitude. Der muss ja hier von ganz unten vom Wellental bis auf den höchsten Punkt, den Wellenberg. Und das ist die doppelte Amplitude. Oder wenn ihr euch an das andere Beispiel, an das zweite Beispiel vom letzten Mal erinnert, da haben wir ja doch gesagt, hier diese Kurve bei der Schallwelle, bedeutet diese Kurve, es ist eine Darstellung für die Dichte der Luft. Das heißt, wenn die Amplitude höher ist, heißt das dann an bestimmten Stellen, die Luft sogar noch dichter ist. Und das würde dann dazu führen, dass hier eine Schallwelle mit höheren Amplituden, die, wenn ihr an euer Ohr kommt, dann empfindet ihr das als lauter. Also Lautstärke und Amplitude einer Schallwelle hängen eng miteinander zusammen. Also Amplitude, das ist schon was, was wir hier so im täglichen Leben eigentlich immer wieder erleben. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, okay, das mit der Auslenkung, haben wir jetzt verstanden, aber uns interessiert auch noch, wie schnell du immer rauf und runter gehst. Nun, wie können wir das messen? Einmal muss man erst mal dazu sagen, so ein Durchlauf, also wenn ich hier aus der Ruhestellung heraus starte, nach oben gehe, nach unten gehe und dann wieder in die Ruhestellung zurückgehe, so ein kompletter Durchlauf, ein kompletter Kreislauf, das bezeichne ich auch als Periode. Also klären wir lieber diesen Begriff mal, weil das wird oft durcheinander geschmissen. Also Periode ist sozusagen ein kompletter Kreislauf. Das ist ein Vorgang. Ich gehe einmal nach oben, nach unten und wieder zurück. Das ist meine Periode. Und wenn ich jetzt sagen will, wenn ich jetzt beschreiben will, wie schnell ich das mache, dann müsste ich doch eigentlich nur angeben, wie lange eine Periode dauert. Also Periodendauer. Das ist doch ein guter Maßstab für meine Geschwindigkeit bei der Erzeugung dieser Welle. Und die Periodendauer, die wird immer mit dem Buchstaben T abgekürzt. Also wenn ich jetzt eine Welle habe und meine Periodendauer ist 0,5 Sekunden, eine halbe Sekunde, was würde das heißen? Das würde heißen, dass wenn ich hier starte, rauf und runter gehe, dann bin ich in einer halben Sekunde wieder an meinem Ausgangspunkt. Das heißt, ich kann zwei solche Durchläufe in einer Sekunde machen. Und das ist auch eine andere Möglichkeit, hier meine Geschwindigkeit zu beschreiben. Nämlich zu sagen, wie viele Perioden pro Sekunde schaffe ich denn? Also die Anzahl meiner Kreisläufe pro Sekunde. Das sagt mir auch sehr viel darüber aus, wie schnell ich bin. Das kennt ihr sicher. Das kennt ihr nicht unter dem Namen Perioden pro Sekunde, sondern das kennt ihr unter dem Namen Frequenz. Das ist nichts anderes als die Frequenz der Welle. Und gemessen wird sie, na die Sekunden stehen unten, also irgendwas geteilt durch Sekunden. Oben stehen Perioden. Perioden ist keine Maßeinheit, das ist einfach eine Zahl, also einfach 1 durch Sekunden. Das ist die Einheit der Frequenz. Und dafür gibt es auch noch andere Namen. Das nennt man auch Hertz. Ich hatte das Beispiel hier, Periodendauer 0,5 Sekunden. Wenn ich eine halbe Sekunde brauche, um einmal oben nach unten und wieder zurück zu gehen, dann schaffe ich das in einer Sekunde zweimal. Das heißt, eine 0,5 Sekunden Periodendauer, dass, wenn eine Welle 0,5 Sekunden Periodendauer hat, dann hat sie auch eine Frequenz von 2 Hertz. Und an diesem simplen Beispiel sehe ich schon, wie diese beiden Dinge Periodendauer und Frequenz zusammenhängen, nämlich sie sind der Kehrwert voneinander. Das heißt, meine Periodendauer ist 1 durch die Frequenz und meine Frequenz ist 1 durch die Periodendauer. Und das ist jetzt kein Ergebnis einer großartigen Ableitung oder großartiger Rechenkunst, sondern das ist einfach die Art, wie wir das definiert haben. Und ihr könnt euch das jederzeit an so einem einfachen Zahlenbeispiel eigentlich klar machen, warum das so ist. Wir haben jetzt von der Geschwindigkeit geredet, aber von der Geschwindigkeit, mit wem wir diese Welle erzeugen und die dann in dieser Auf- und Abbewegung enthalten ist. Es gibt natürlich noch eine andere wichtige Geschwindigkeit und das war ja die Geschwindigkeit nach vorne, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Schauen wir uns mal an, ob wir darüber etwas mehr herausfinden können. Also Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist jetzt unser Thema. Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Geschwindigkeit, das war ja immer so etwas wie Entfernung durch Zeit. Also Geschwindigkeit v, das war immer irgendeine Entfernung geteilt durch die Zeit, die ich brauche, um diese Entfernung zurückzulegen. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal so eine Welle an und überlegen uns, welche Entfernung, was ist denn da überhaupt eine Entfernung bei der Welle? Was sticht denn da ins Auge? Und wenn ich jetzt diesen Wellenpuls hier anschaue, dann sticht da schon was ins Auge, nämlich hier diese Strecke von hier nach hier. Da hat die Welle angefangen, da habe ich angefangen, diese Welle zu erzeugen und dieser erste Wellenwerk ist dann so weitergelaufen bis hierhin. Und hier ist die Spitze der Welle angekommen, wenn ich einen kompletten Durchlauf gerade geschafft habe. Also nach einer Periode ist die Spitze meiner Welle hier. Und diese Strecke, die Strecke, die die Welle nach einer Periode zurücklegt, das nennt man die Wellenlänge. Das ist die Wellenlänge. Und die wird oft abgekürzt mit dem Buchstaben Lambda, dem griechischen Lambda. Das ist die Wellenlänge. Wie ist denn die Wellenlänge bei der periodischen Welle? Nun, zum Beispiel können wir die erkennen hier und sagen einfach die Wellenlänge, das ist der Abstand der höchsten Punkte der Wellenberge oder das ist der Abstand der tiefsten Punkte der Wellentäler oder das ist der Abstand irgendwelcher Punkte auf der Welle, solange sich die beiden Punkten hier auf derselben Höhe befinden und sich auch in derselben Richtung bewegen. Also diese beiden Punkte, die sind ja hier im Abstieg begriffen. Die Punkte hier, diese benachbarten Punkte, die beschreiben auch die Wellenlänge. Also die Wellenlänge, setzen wir die einfach mal ein hier und sagen wir, okay, nehmen wir als Entfernung die Wellenlänge und wie lange braucht denn jetzt die Welle, um die Wellenlänge zu durchlaufen? Nun, die Wellenlänge war ja genau das Stück, war ja genau das Stück, dass die Welle weitergekommen war nach einer Periode, nach einem kompletten Kreislauf und eine Periode dauert halt gerade eine Periodendauer lang. Das heißt, Wellenlänge durch Periodendauer, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich hier unsere Welle nach rechts bewegt. Oder in Abkürzung geschrieben, das war ja mein Lambda und das war mein T, Lambda durch T und das kann ich dann auch so schreiben, ist natürlich Lambda mal 1 durch T und 1 durch T, das steht ja hier, das ist die Frequenz. Das heißt, das ist gleich Lambda mal der Frequenz. Vielleicht probieren wir das einfach mal aus, an einem Beispiel. Ich nehme mal eine Welle hier und sage ich, ich kenne die Geschwindigkeit der Welle. Eine Geschwindigkeit, das soll sein 320 Meter pro Sekunde. Dann sage ich, ich kenne die Frequenz. Die Frequenz soll sein 20 Hertz. Erinnern wir uns, das Frequenz 20 Hertz. Was bedeutet das nochmal? Das bedeutet, wenn ich mal diese periodische Welle hier, wenn ich die nur durch ein winziges Fensterchen anschauen würde, wenn ich nur hier diesen Ausschnitt der Welle sehen könnte und dann sehe ich hier diesen Punkt auf der Welle, wenn ich jetzt eine 20 Hertz, eine Welle hat, die hier mit einer Frequenz von 20 Hertz läuft, dann würde ich in einer Sekunde diesen Punkt 20 mal ganz runter und ganz rauf sausen sehen. Das heißt, 20 mal richtig zackig würde das hin und her gehen innerhalb einer Sekunde. Das heißt, die Welle hat die Frequenz von 20 Hertz. Das sind also meine 20 Hertz. Und was ich wissen will hier, ist meine Wellenlänge. Wenn ich hier diese Formel einfach mal abschreibe, also V ist gleich Lambda mal F, einfach abgeschrieben, das V ist gegeben, die Frequenz ist gegeben, nachdem Lambda ist gefragt, also tue ich einfach beide Seiten durch F teilen, dann habe ich hier stehen, Lambda ist gleich V durch F. Jetzt setze ich das ein, Lambda ist dann gleich 320. Meter pro Sekunde durch, meine Frequenz waren die 20 Hertz. Also gut, die Hertz, die nehme ich jetzt nicht her, ich nehme lieber hier diese 1 durch Sekunde. 320 durch 20, das ergibt sich, das ergibt 16. Und die Meter pro Sekunde, geteilt durch die 1 durch Sekunde, da kürzen sich die Sekunden nämlich weg und ich habe nur die Meter übrig. Also 16 Meter, das ist meine Wellenlänge. Was ist denn das überhaupt für eine Welle? Wovon reden wir denn da? Nun, schauen wir uns die Geschwindigkeit an. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, knapp über 1000 Kilometer pro Stunde. Das könnte zum Beispiel die Schallgeschwindigkeit sein. Frequenz 20 Hertz, das ist eine Bassfrequenz. Und wenn wir jetzt feststellen für diesen Bass hier, da beträgt die Wellenlänge 16 Meter, die lässt sich natürlich schwer eingrenzen. Die geht aus den Räumen raus, die läuft durch die Straßen, die klettert über Mauern, die ist eigentlich nicht so leicht zu stoppen. Also wundert uns nicht, dass man eigentlich einen Bass über viel weitere Entfernungen hören kann, als die höheren Töne. Wenn wir dann hier zum Beispiel 1000 Hertz oder 2000 Hertz einsetzen, dann seht ihr selber, dass die Wellenlänge sehr schnell in den Bereich von Zentimetern zurückgeht. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier ein bisschen in dieses Thema periodische Wellen einzusteigen. Ihr seht, die Formeln, die wir hier haben, die sind eigentlich nicht so schwer. Das lässt sich eigentlich alles im Kopf gut überdenken. Das ist alles recht schlüssig, die Zusammenhänge hier. Und ich hoffe, ihr habt, ich habe hier dazu beigetragen, dass ihr diese Zusammenhänge hier gut verstanden habt und dass ihr die Formeln dann auch, wenn ihr es braucht, vernünftig anwenden könnt. In den weiteren Videos werden wir das Thema hier ein bisschen vertiefen. Da schauen wir uns noch einen interessanten Effekt an, nämlich den Doppeleffekt.